Wie genial ist das denn? Ich bin ab dem 7. Januar 2019 im Fernsehen. Und zwar bin ich für ganze zwei Monate in einer Daily Show auf Seite 1 im Fernsehen. Was ich da genau tue und was für eine Show das ist, das erzähle ich in diesem Video. Ich bin Rolf Klesen, Patentanwalt und Partner bei Freischem & Partner und ich veröffentliche jeden Donnerstag ein neues Video rund um Patente, Marken und Designs. Und in diesem Video geht es um die neue Seite 1 Show, wie genial ist das denn? In dieser täglichen Erfindershow werden Montags bis Donnerstags durch ein Verbraucherpanel Tagessieger bestimmt. Die dürfen dann am Freitag vor einer Jury ihre Idee pitchen. In dieser Jury bewerte ich dann mit drei anderen Juroren die Ideen der Erfinder. Frenzi Kühne ist die jüngste Aufsichtsrätin in Deutschland, nämlich von der Freenet AG und zusätzlich die Geschäftsführerin einer der größten Digitalagenturen in Deutschland, nämlich Torben, Lucy und die Gelbe Gefahr. Hier oben in den Infocards ein Link zu Frenzi. Außerdem dabei Leon Winscheidt, Gewinner der Millionen bei Günther Jauch, Bestsellerautor, Diplom-Psychologe und außerdem ein super Speaker, der die Hallen füllt. Oben in den Infocards ein Link zu Leon. Und last but not least der Präsident der Jury, Horst Veith. Ein Meistererfinder, der viele Erfindungen nicht nur erfunden, sondern auch erfolgreich vermarktet hat, wie zum Beispiel den Knickstrohhalm. Hier oben in den Infocards auch ein Link zu Horst. Wir hatten beim Dreh super viel Spaß, die Folgen sind super unterhaltsam. Schaltet ein am 7. Januar auf Sat.1, wenn es heißt, wie genial ist das denn?